Herzlich Willkommen ihr Lieben zu diesem kurzen Ankündigungsvideo, wie ihr mit mir zocken könnt. Letzte Woche habe ich nämlich in der Storie was gepostet, wo drin ist dann, dass ihr Samstag und Sonntag von 15 Uhr bis oben end hättet mit mir zocken könnt. Leider haben das die wenigsten für voll genommen oder nicht gesehen oder gar nicht mitbekommen, deswegen jetzt nochmal ein Video dazu. Egal was ihr zocken wollt, ob es Fortnite ist, ob ich euch da Waffen kraften soll oder ob ich euch in der Mission helfen soll oder in der SSV unterstützen soll, alles das ist möglich. Ob ihr 7 Days to Die zocken wollt, ob ihr Reddit Online spielen möchtet, The Cycle oder Dauntless oder im Strategiespiel wie Age of Empires 2, alles das ist euch überlassen. Ihr müsst nur zwei Dinge machen. Erstens, ihr müsst die zukünftigen Videos und die der letzten Woche bis zum Ende schauen und daraus die Highlights in die Kommentare schreiben. Das ist mir ganz ganz wichtig. Und zweitens, ihr müsst Mitglied auf meinem Kanal sein. Diese zwei Sachen müsst ihr erfüllen und dann steht in gemeinsamen Zocken nichts im Weg. Und egal was ihr zocken möchtet, ich habe so viele Spiele auf Steam, auf Epic, auf Uble, auf Blizzard. Ihr könnt zocken was ihr wollt mit mir, es liegt ganz allein an euch. Und jetzt bleibt mir noch eins zu sagen, ihr seid die Besten, ich bin der Mike. Bis zum nächsten Mal, haut rein.